Du hast dir vorgenommen, ein klärendes Gespräch zu führen? Super! Solche Gespräche sind nicht einfach und erfordern eine Menge Mut. Aber sie sind wichtig. Und damit das Gespräch gut läuft, habe ich dir in diesem Modul ein paar hilfreiche Methoden zusammengestellt. Beim nächsten Plenum muss Jamila schon wieder auf Kim warten. Sie ist ganz schön sauer und überlegt jetzt, was sie ihr sagen will. Am liebsten würde sie sowas sagen wie Wie kommst du pünktlich? Du glaubst wohl, deine Zeit ist wichtiger als meine? Du bist so unzuverlässig. Wenn sich das nicht ändert, steige ich aus der Gruppe aus. Wir alle kennen das wahrscheinlich. Wenn wir frustriert sind, wollen wir unserem Ärger Luft machen. Und dabei benutzen wir Verallgemeinerungen, Vorwürfe und Urteile. Und wir fordern von der anderen Person, sich gefälligst zu ändern. Das Problem dabei ist, dass wir unser Gegenüber damit in die Defensive drängen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er oder sie uns nicht zuhören wird. Aber wie können wir Konflikte ansprechen, ohne dass das passiert? Das war die Lebensaufgabe von Marshall Rosenberg, einem US-amerikanischen Psychologen, der über Jahre die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat. Rosenberg schlägt vor, dass wir anstelle von Verallgemeinerungen, Vorwürfen, Urteilen und Forderungen lieber vier Schritte benutzen sollen, die der Kommunikation zuträglich sind. Beobachtungen, bei denen wir Sachverhalte so objektiv wiedergeben, wie es eine Kamera tun würde, darüber sprechen, wie wir uns fühlen, unsere Bedürfnisse oder Interessen klar machen und zum Schluss eine konkrete Bitte aussprechen. Bei Jamila könnte das zum Beispiel so aussehen. Ich habe gemerkt, dass du zu den letzten drei Treffen zu spät gekommen bist. Darüber habe ich mich geärgert. Ich würde gerne pünktlich anfangen, damit wir genug Zeit für alles haben. Meinst du, du schaffst es beim nächsten Mal pünktlich zu kommen? Hier kannst du sehen, dass die Beobachtung sehr konkret formuliert ist, dass Jamila über ihre eigenen Gefühle und Interessen spricht und dass sie bei der Bitte nicht mit Konsequenzen droht, sondern offen für jede Antwort bleibt. Du musst diese Abfolge nicht roboterhaft befolgen. Für die meisten Menschen fühlt sich das nämlich sehr ungewohnt an. Und sei nicht zu hart mit dir oder anderen, wenn ihr euch nicht daran haltet. Manchmal müssen Emotionen auch raus und das ist okay so. Aber jedes einzelne dieser Elemente kann schon helfen, beim Sprechen über Konflikte eine konstruktive Atmosphäre zu schaffen. Ein weiteres Werkzeug für gute Gespräche ist das aktive Zuhören. Das bedeutet zum einen, dass du während des Zuhörens nicht schon anfängst, deine Antwort im Kopf zu formulieren, sondern deine Aufmerksamkeit komplett deinem Gegenüber widmest. Und zum anderen kannst du das auch deutlich zeigen. Zum Beispiel durch eine zugewandte Körperhaltung, eine offene, interessierte Mimik und durch verbales Feedback wie mhm, okay, verstehe. Also kleine Rückmeldungen, die zeigen, dass du nicht abgeschaltet hast. Fühlt sich am Anfang, wie viele der Techniken aus diesem Kurs, vielleicht komisch an, tut aber der Person, die gerade spricht und der Gesprächsatmosphäre sehr gut. Du kannst auch noch einen Schritt weiter gehen und das Gesagte spiegeln. Dabei versuchst du das, was du gehört hast, noch mal in eigenen Worten zusammenzufassen. Du kannst das inhaltlich machen oder die Emotionen spiegeln. Also zum Beispiel sowas sagen wie, da musst du dich ja richtig geärgert haben. Es kann dabei sein, dass du Dinge falsch interpretierst. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Du kannst dir danach einfach eine Rückmeldung einholen, ob du alles richtig verstanden hast. Die meisten Menschen merken, wenn jemand ernsthaft versucht, ihre Perspektive zu verstehen und schätzen das. Zuletzt solltest du noch darauf achten, eine gute Umgebung für das Gespräch zu finden. Am besten ist ein entspannter und neutraler Ort, an dem ihr euch beide wohlfühlt. Plan außerdem genug Zeit ein, um in Ruhe über den Konflikt reden zu können. Jamila und Kim konnten letztendlich auch noch ein gutes Gespräch über Pünktlichkeit führen. Was Jamila nicht wusste, Kim hat vor dem Plenum jetzt immer einen Therapietermin und schafft es deswegen nicht, pünktlich zu kommen. Im Plenum haben sie deswegen beschlossen, dass sie ab jetzt einfach eine halbe Stunde später anfangen, damit Kim genug Zeit für den Weg hat. Das passt für alle anderen auch gut. Aber von alleine hätte sich Kim vermutlich nicht getraut, danach zu fragen.